Äh, fucking Tetris, ne? Das... Wann hat man schon mal die Gelegenheit, für ein Tetris-Spiel 70 Euro auszugeben? Okay, war es jetzt nicht, aber... Äh, ne, das ist die Steam-Version, ich geb doch keine fucking, ne? Sehe ich aus, als wär ich retarded? Nö, ich hab nicht mal ne Switch. Es gibt sogar fucking Voice-Cover in nem... How much can you... Okay. Wir gucken einfach mal, wo das hinläuft, ne? Terror ist eigentlich geiler. Ich will schon mal... I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Was dieser kleine Fucker sagt. In willkürlichen Welten landen. Okay. Lass poppen gehen, würde ich sagen. Hold on a second though. What if, one of these days? We get teleported somewhere scary. How can it be scary when we're all there together? But what if it's somewhere completely preposterous? Yeah? Like where? Oh, I don't know. Um, how about... The edge of the universe! The edge of the who now? Sounds fun to me. Wieso fühle ich mich gerade, als wäre ich der einzige normale Mensch hier? Was der sagt? Ich fühle mich merkwürdig gerade. Nein, nein! Schau näher! Guguu! Was sagst du? Das ist weird. Leute, die sind nicht Puyos. Hey, du bist richtig! Die sind... Blöcke? Oh, nur Blöcke? Das ist okay. Wait, das ist nicht okay! Es sollte nicht Blöcke sein! Warum sind Blöcke hier? Ich hab das Gefühl, ich bin nicht betrunken genug dafür. Ich hab das Gefühl, ich bin nicht betrunken genug dafür. Äh... 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 Sondern sich in Tönen unterhält? Warum sind das Puyo-Planeten? Was ist das? 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 Ich habe jemanden gesprochen, inside the Playroom. Did you hear O? Playroom? Pei, 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 pei! Let's check it out! Objection! Ähm... Okay. New step... Okay. Äh... Ich glaube, ich muss einmal nochmal die Musik ein bisschen runterstellen. Sekunde mal. Ich gönn mir also gerade mal ein bisschen... Ohne Scheiß, wenn das weiter so geht, ne? Äh... Ich greif... Ich greif zum Whisky. I'm not afraid. Space? Hm... Captain's Report. A girl in a non-formed fitting outfit is materialized for the SS Tetra. I believe she is currently performing an improvised alien comedy routine. Pi, pi, pi! Mhm. Don't be hasty, O. Something about this seems... not normal. I'm unsure what our next course of action should be. Ähm... Hey, Sense. Wammerts immer noch diesen fucking Apfel. Wait. And he's trying to talk to me. Wait. Someone sent those squarish things that brought me here. That's someone with you. That sounds like the only solution here is that we should battle. Wait. What? The girl is in a panic. Äh... Devil Darkers... Devil Darkers? Böse? Aber es ist gut böse. Ok Das scheint mir schwer illegal Bitte sag mir ich darf Tetris spielen, weil ich weiß nur wie Tetris funktioniert Ich bin Tetris Master, aber ein Puyo, Puyo Bilbo Oh, ok, ist responsive als ich dir gedacht hab Ok, so hol dich, ok Alter Wäre jetzt mein Controller nicht so abgenudelt, ne? Alter, was bin ich für ein fucking Ich muss echt das so anders machen, Moment Ich schieb das jetzt mal auf mein Controller Ja, das ist beides scheiße Alter, ihr habt mich jetzt schon verbaut, ja, geil Äh, äh, Tetris Master hier Definitely Ok Jetzt kriegen wir es hin There we go There we go Tetris mit dem Analogstick Ich hätte nie gedacht, dass das mal legal ist Aber funktioniert Milde There we go Ich fühle mich, als würde ich ein Tetris RPG spielen, so ein bisschen Plop Zack Und So There we go Double kill Combo breaker Du fucking twat Get off Okay Easy Okay Continue Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Tetris Story Mode spiel Wenn es jetzt immer noch RPG Elemente gibt, ne? Dann raste ich komplett Was ist das? Was ist das? Es ist ein fucking Tetris RPG Hey, Lauren Let me introduce myself I am T And I am the captain of this vessel The starship Tetra I have the ability to control and clear Tetraminos Tetrami- Whisky Fuck this Fucking Tetraminos Fucking Tetraminos Fuck Fuck You Kiddo Fuck You Es gibt Bossweiz-Rind Okay Hi Weisky Prost, meine Freunde Okay Spicy Neue Stage Geil Achso, das ist Line Trial Achso, ja Kann ich auch Mein Controller ist dafür echt Ich spiel jetzt quasi Tetris mit dem Analogstick Ergo, es geht kaum unpräziser Aber es ist Ja, das war blöd Aber ich muss sagen Also dafür Ne Ist echt spicy Vor allem unglaublich responsive für ein Tetris Game Ja, okay Jetzt kann man aber auch sagen Ja, Mensch Es ist Tetris Ne Ich mein, ne Persona 5 soll auch so richtig gut sein Studiert ihr fucking Tetris Blocks im Hintergrund I need another shot I need another shot And also, are you aware that you're kind of a huge weirdo? Huge weirdo? Okay I need another shot Hör auf zu sagen Popping Puyos Hat eigentlich jeder von euch fucking Phoenix Wright gefrühstückt Was du sagst Stand up one of those shit heads She can be a handful sometimes And hey What about that other girl? She seems kind of abusive, don't you think? Oh, that's S She's one of my crew And also a handful sometimes Well, if you're the captain Can you make her stop? S Tee time Hey Maxi Gamer He got a good point She got no point Stop saying that Stop saying that Bitte Es ist merkwürdig Hmm Hmm Okay, so. There we go. Fuck. Gut, dann so. Machen wir mal... Räumen wir mal ein bisschen auf hier. Ich mach's nur gar schlimmer, aber okay. Ein Tetris-Meister räumt auch sowas auf. Fuck. Ich bin mal so frei und schieb's auf meinen Controller. Also wenn irgendwas heute schief geht, ich schieb's auf meinen Controller. Vor allem, was bin ich? Ist mein Charakter für einen fucking Ultra-Lord? Fuck. There we go. Ich schieb's wieder auf meinen Controller. Also, ich zieh heute den Weehawk. Ich zieh den Weehawk, das ist mir scheißegal. Wenn Weehawk das darf, dann darf ich das auch. Wenn das nicht funktioniert, schieb ich's auf den Alkohol. So. Da schaut meiner Gruck. So schnell räumt ein Tetris-Meister auf, Kinders. Geht doch. Nee, ich hab bislang erst zwei getrunken. Der Rest war noch nicht weird genug. Okay. You can't spell Amity without Titty. Kannst du schon, aber ja. Ringo oder Amity, ich hab keine Ahnung. Die eine hat ein Wut, das aussieht, als würde sie dich gleich essen. Er heißt einfach nur Tee. A Gugu. Did someone say Gugu? Ihr seid doch alle Gugu. Genau, was er sagt. Third shot. Fuck this. I need the third shot. I can't take this anymore. Moin, das ist klasse. Wie hab ich jetzt Lust auf einen Tee? Ja, Tee mit Rum. How about that? Nam, 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 nam. Wenn mich irgendwer fragt, warum ich besoffen bin, antwortet einfach Tetris. They will understand. Tetris. Tetris. Ja, Moment. Den machen wir mal hier, ne? Kriegen wir auch noch hin. So, und jetzt machen wir mal. Jetzt räumen wir wieder auf. Jetzt haben wir einmal unordentlich gemacht und jetzt kann man wieder aufräumen. Das sind die Regeln des Tee-Tees. This is how Tee do it. Ja, na, schau doch mal. Als ob man sein Zimmer aufgeräumt hätte. Man findet auf einmal nichts mehr wieder. So. Well, that wasn't it, oder hier? Spiel chill. Did I do it? Ich schätze mal. Ist das ein fucking Hund? Äh, ist das ein fucking Hund? Was ist mit deiner Stimme? Was ist mit deiner Stimme? Halt, 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 halt. You did what? Okay. Another shot, then. Dieser Abend wird nicht gut für mich enden. Ich hätte nicht gedacht, dass das so weird wird, dass ich dafür tatsächlich einen Alkoholpegel brauche. Okay, go on. Ich trinke wirklich, jetzt, no shit. Dann pack ja nicht diesen scheiß Apfel weg. Those three are also part of my crew. The twins are Jay and Elle. They love their pranks. And then there's the one trembling in the corner. That's I, the SS Tetra's chief engineer. He's your... Der Hund? Der Hund ist euer Michael? Ja, ecke? Don't worry. He's a bit jumpy sometimes, but he becomes highly recommended. Jay, Elle, leave him alone. But, but... We haven't done anything. I saw something that spooked him. And now he's too scared to go. Oh, and what did he see? He said it was a little yellow guy that says Gugu. And since a strange girl was with him. Couldn't baby get face in time. Oops. It would not as... Oh, whoop. Sounds like Arl, all right. Hi, where did the girl go? Oh, okay. Genau. We're getting nowhere. I shall put him at ease with a Tetris battle. Wo soll, wie soll, wie? How? Du willst den verstörten Hund noch mehr verstören? Mein Gott. Du bist echt fucked up, mein Dude. Weißt du, seine Crewmitglieder sind verstört und bewegen sie nicht mehr, aber er denkt sich, ja geil, lass doch mal nachtreten. How about that? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Okay. Was hat er gar nicht gesagt? Redet der Hund? Fuck. Ich schieb's echt auf meinen Controller. Tue ich jetzt mal. Ich bin heiß kalt. Hey, Chris. I never back down. Ja, das beruhigt ihn bestimmt. Mit Sicherheit. Der Hund redet. Der Hund redet. Der redet. Ganz normal. Ignorieren wir jetzt echt die Tatsache, dass dieser Hund fucking geredet hat? Okay. Fuck off. Du Fickvieh. NANI? Ich komme ungefähr um Uhr wieder. Cool, mein Dude. Vielen Dank für deine Bits. Das... Score 3000 Clearing 10 Line. Okay. Krieg ich hin, Chef. Krieg ich bestimmt hin, Chef. Okay. Ich meine ganz ehrlich, versuch mal wirklich Tetris mit dem Control Stick zu spielen. Das ist echt nicht so easy. Davon mal abgesehen, dass das Game an sich tight as fuck ist. Schlauer Move von mir. Vielleicht war nebenbei Trinken nebenbei Tetris nicht unbedingt mein bester Plan. Aber ich war bekanntlich auch noch nie bekannt dafür, entweder bekannt zu sein oder für meine guten Pläne oder für sowas kann ich noch mal starten. Danke. Das ist... Ich weiß nicht wieso. Das war einfach... Es hat mir nicht gefallen. Es hat mir nicht gefallen. Dann lassen wir es dabei. Und zack. Das läuft doch schon. Viel besser. Zum 메�?! Zum 메�ntem! So There we go Das war super dumm. Hat aber auch gereicht. Okay. Okay, cool. That's much Tetris. Was jetzt? Was kommt? Was kann jetzt noch passieren? Richtig. Richtig. Oh mein Gott. Was ist passiert? Oh mein Gott. Das große Roboter hat Arl gebeten. Arl, du hörst mich? Run! Er ist wahrscheinlich zu schnell zu schnauern. Run, run, run! Wow! Ich wollte gerade sagen, irgendwann reden wir denen jetzt? Das war's für een feldige Bedeutung. Er ist keine Fähne. Das klingt wie schnauend. Was ist die Fähne? Oh mein! Er hat mich so unkomfortabel, Ringo. Er hat mich nicht armour, Ringo. Er hat mich nicht in die Halle way? Und nicht zu schómien? Er hat mich gesagt, ich muss essen mit meinen Vegeben. Und ich kann nicht mit meinen Food spielen. Können wir das Ding bitte löschen? Es tut wirklich nichts für irgendwen. Alles, was es macht, ist rumpimmeln und Gugu sagen. Das ist richtig. Also, du wirst auch die gleiche Liste der Demand, ist das es? Um, nein. Wir werden die Krieg, bevor ich zu Ihren Oppressen-Demanden habe. Also, du sie in deinem Weg. Gut, Tee. Das ist wie wir alle unsere Probleme behandeln. Okay. das war wahrscheinlich nie möglich weil copyright irgendwo muss auch mal ein copyright herkommen er wollte dass sie sich die hände wäscht alter das ist doch krank erst noch krank benutzt stern schauer So, Problem gelöst. So muss das. Du blöde Nustro. Äh, Shit. Double Shit. Quadruple Shit. Alles irgendwo Scheiße. Come on, just fucking die. Oder was man in eurer komischen Welt so macht, wo es keine Blöcke gibt, sondern nur Bubble. Das ist genau heute. Ohne Scheiß, wenn Sui das macht, I will fucking die. I will fucking die. Kann das Ding hier bitte jemand treten? Könnt ihr bitte aufhören, das Wort Poppen zu benutzen? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Er nennt die ganze Sache Tetris. Oooo. Wir haben so viele Welt, aber immer noch etwas Neues zu lernen, oder? Die Welt ist ein großer Ort. Ist das richtig, Carby? Oooo. What matters is we're all together again. Now we just need to figure out how to get home. Let's pop some more. Let's take another shot, shall we? Ich hab zwar mein Whisky-Glas nicht hier, deswegen nehme ich das große und mache immer nur ne Pfütze rein. Boah. But that will be enough. Soon enough. Alter, pass auf, Pac-Man greift da an. Let's get to the cockpit. Something's happening. Ein Cock. Hehe. Let's move, before our predicament gets any worse. What now? Alter, das hier geht mir ja gerade voll auf den Sack, ne? Ist ja gut. Immerhin ohne Scheiß, mir gefällt der Artstyle, aber was ist denn hier los? Hey, get away from there, you Blobs! S, Status Report. Ihr seid echt nur damit beschäftigt, mit dem Finger auf euch zu zeigen, oder? Ich mach ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn jemand Pop, Pipi oder Gugu sagt, don't do it, you will fucking die. Alter, jeder zeigt mit dem Finger auf dem anderen. Ich mach's jedes Mal, wenn irgendwas Merkwürdiges passiert. Pipi, Pipi, Pipi. Pipi, Pipi! Pipi, Pipi! Pipi, Pipi! Pipi, Pipi! Pipi, Pipi! Was ist das? Er sagt, wir sind da in diesem Planeten, das gerade gestaltige Polen. Alle, Beyre für Impact. Wir werden in Crash. Du gesagt hast... Crash? Los Tedros um zehnmal Simpler ist als fucking Puyo Muss ich jetzt echt Puyo spielen? Ich hab keine Ahnung Von Puyo, ich weiß nur, dass das Ein ziemlicher Schwerkraft gejetzt ist Für Kombos und alles Oh Gott, this is not gonna work Okay So muss man's offenbar machen Wenn ich immer noch Keine Ahnung hab, wie man das wirklich macht Ohne Scheiß Ich hab nie Puyo gespielt Das hab ich eigentlich nicht gewollt, aber Okay Okay This is how you do it Ein bisschen komplexer Still fun Schmeißt die mich mit Müll, die durchgeknallte? Ich glaub, es geht los Sagt sie die ganze Zeit eigentlich immer Salt Ja Shit Fucking die Salt Sodium Close Aber gut Funktioniert Es ist ähnlich wie Doktor Mario Nur Wow Fuck me Jerry Ist okay Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Es ist mein Geil jetzt! Hey! Warum schreit? Ich will lernen, wie Poppoyos. Teach mir! Das ist so hilfreich von dir! Es ist nicht so hilfreich. Es ist nicht so hilfreich. Clearly, wenn dieses Starship crashen, ich bin auch in Probleme. Du bist die größte Frau in der ganzen Union. Was hast du gesagt? Okay, fuck this. Okay, fuck this. Alright, that's the spirit! Puyo Puyo Battle! Another short battle! Prost! Oh, man. Dass man hier die Dinger nicht so schnell runterlassen kann, das ist grad viel eher das Problem. Ich hab echt noch keine Ahnung, wie man das vernünftig machen soll. To be brutally honest. Ich weiß, es ist alles eine reine Schwerkraftsache, aber da war ich nie besonders gut drin. Das war auch dumm. Ich mache mal das Ganze zu früh, habe ich immer das Gefühl. Und alles, was ich dann zustande kriege, ist sowas. Ich verschmeiße ihn mit kleinem Müll. Kleinvieh macht auch Müll. Das sollte hinhauen. Oder auch nicht. Es hat ein bisschen hingehauen. Das sollte hinhauen. Ah, there we go. Ich kriege Zweier-Kombos hin. Das ist für mich schon... Das ist für mich schon einiges. Äh, nee. Shit, auch nicht. Ah, okay. Darf ich wieder Tetris spielen? Damit kenne ich mich besser aus. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Wie habe ich mich darauf eingelassen? Wann habe ich hier was unterschrieben? Zweierketten? That's something. Okay. Kleine Kombos. Es ist nicht toll, aber es ist etwas. Ob ich heute noch irgendwas hinkriege, was höher als eine Zweier-Kombo ist? Wahrscheinlich nicht. Das war absolut sinnlos. Fuck. Geht doch. Jetzt haben wir was am Laufen. Oh mein Gott, endlich! Destroyed! Du bist bei der Ehe war gerade... Was? Mein Internet war was? Stimmt doch gar nicht. Bei mir war... Was? Echt jetzt? Echt jetzt? Bei mir hört ja nämlich nichts an. Der Stream war tot. Für so drei Minuten? Was? Ich wundere mich schon, warum das so leise... Keks, ich habe verstanden! Ich weiß, was tot bedeutet. Ich weiß, dass es da nicht wiederkommt. Wenn du mir so die Definition von Tod aus dem Wikipedia in den Chat kopierst, dann sind dann aber eine Flöte. Okay. 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 So long did we last? Pe Peep, Peep, Peep. Peep? Peep? Peep, 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 Peep. Drei Crashlandings hintereinander? Aha By the way, R1 und R... Das ist ein fucking Xbox-Controller Euer Layout ist ein Xbox-Controller Es gibt kein R1 und R2 So läuft das hier nicht Guckoo, fuck yourself My titty Toad Das könnte schlecht sein Aro, wir müssen sie finden Tschüss Ringo, bis zum nächsten Mal Ähm, okay Tschüss, ihr zwei Na ja, ich glaube, ich gehe selbst zu suchen Hey da, Ringo Was ist denn, Ringo? Was ist denn? Wir haben dich in der Klasse Space Ein Haarschnitt Another Shot Maybe two Shots Maybe three Shots I don't know Der Typ hat keine Augen und einen fucking Hammer Der Typ braucht einen Haarschnitt und einen Friseur Beides Gleitert ihr am besten Woohoohoo Well, this huge object just landed on top of the school roof And there's a boy up there too With super tight clothes I had a feeling if anyone knew something, it'd be you That's racist That's 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 gotta be T Show me Makaro Captain's report Peepee 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 The starship tetra has landed on an unidentified world Ship status Very broken Crew status Very missing Peepee Hm? Captain T Ringo Ringo Are you alright? Oh no It's a tetra It's 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 Well, it's It's pretty beat up Plus my crew appears to be missing Ringo I think there's only one logical course Do you think you could help me with something? Something very important Absolutely Whatever you need I need to blow off steam You still wanna learn how to clear tetraminos? Oh, you remember? It's easy Just make a solid line and look clear There's some other stuff Like tetris line clears and back-to-backs and T-spins But I'm sure you'll figure it all out Easy peasy I ship it I ship it I ship it Still ship it Space ship it damit kann ich schon eher arbeiten vor allem hat er gerade wirklich so competitive Tetris Dinger gebraucht um fucking Tetris auf den Sack fuck hast du gerade gesagt Kongster Cockfly genau Sack genau der Meinung bin ich auch Frau Sack genau immerhin da sind wir uns einer Meinung Sack Salt Sack da wäre ich jetzt beinahe wieder zu früh gewesen ziehen die auf einmal an nein das geht doch nicht das ist ein Tetris Spiel zack Cockfly die he dead he fucking dead das ist ich denke so danke wir fokussieren auf Recon ich weiß nicht was Recon ist aber ich werde zusammen wir sollten suchen deine crew du sicher du hast noch nichts zu beinahe nein das ist mein Ich kicke dieses Pipi-Ding gleich irgendwo sonst wo hin. Sei also vorsichtig. Entweder das oder sei... Da ist der Hund schon wieder. Da ist der fucking Hund schon wieder. Was bist du denn jetzt? Was ist ein Spiegel? Oh? For ein Moment da, ich bin überzeugt, dass du... Nein, warte. Hold on. Was bist du? Pee-pee? Pee-pee! Oh, das ist nur Risu Kumo. Er ist in der Physik-Klube mit mir. Er ist ein Pro-Win-Win-Win-Win-Win. Er ist ein Pro-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win. Er ist nicht fett, er hat nur dickes Metall. Dieser Hund, ne? Er ist ein Pro-Win-Win-Win-Win. Ver Kasche. Er ist ein guter Hund. Ich denke, ich binあー. Ich bin nicht jeden Tag sehen, ein Chihuahua sitzen in einem Robots'n Eskommen. Kann ich ein Bild mit dir? Ringo! Das ist fast ein Hinweis für das. Wir wissen, ob er hat seinen Schmerzen. Ich! Zeig! so wie ihn wiederhauen jetzt soll ich wieder puyo das klingt nicht fair können wir tauschen was ist denn wait i have a plan at least i think so oder oder nicht fuck it salty salty waren die schon immer blau und lila so meine farbschwächenschwäche oder kommen wir das jetzt gerade nur so vor ich mag tetris meister sein aber was das hier angeht das ist mir zu hoch salty fuck oh ja das klingt nice okay much better das war einer da passiert ja kaum was bei ihm ja das ja geil das erscheint mir nicht wirklich fair was mach ich denn da er fuckt mich richtig ab jetzt wer er tetris spielen darf und ich bin mit dem hier gestraft ja fuck me jerry okay dürfen wir tauschen dann bist du nämlich schnell weg vom fenster dummer ho fuck salty war geplant war geplant einer der tut sich kaum was bei ihm wenn ich was mach war geplant ja dieses gibt es irgendwie ein crashkurs für polios für polio trottel wie mich wirklich ich habe davon null ahnung das ist mir auch zu hoch gerade ja das passt ja gerade bei mir hinten und vorne nicht wirklich ne geplant wow ok nee das war trash bitte nie wieder kann ich tetris weiterspielen ey ragnar wieso wiederholt ihr mal das was der letzte mal gesagt hat das war Actually, I do, Captain They were trying to see how much mischief they could get into And then they skipped off, hand in hand That sounds like those two We need to find them before they cause any trouble This sounds bad We should hurry, T I agree, let's move out Best of luck, gang Zed and I will take a look at the Tetra Sounds like a proper task for an engineer, after all Klingt wie dein Job Just saying I müsste ich jedes Mal einen trinken, wenn die ihr Maul aufmacht Also klingt wie ein Dude Und sie ein Herz verschluckt hat Okay Okay Hi, Diabolos Warum kann ich wechseln? Oh man Ich mag Puyo nicht Das ist so eine Sache, die ist mir Salty Ich weiß An sich ist es nur Mach dir Schwerkraft zu Nutze, aber Ne Schwerkraft ist so eine Sache I get fucked I get fucked now Ich komm nach Dick City Das klingt nicht gut, was sie da machen wollen Gib mir doch bitte, was ich brauche Geht doch Das wird jetzt wehtun, Bitch There we go Voll auf den Sack Okay Okay There we go Ich war noch nie so gut in so In solch Vorausdenksachen Shit Double shit Um genau zu sein, sogar triple shit Jetzt baue ich nämlich nur noch scheiße Jetzt baue ich wirklich nur noch shit So Wieder ein bisschen Freiraum hier Ähm Hier There There we go So Okay Ich habe das Gefühl, meine Kombos machen so überhaupt nichts bei ihr So Und Das war blöd So Das wollte ich Jesus Counter Auf den Sack kriegt der Girls Kriegt der jetzt voll auf den Nudeln Sack Fucking die Okay Okay Hey, they caught you You're totally under arrest Are you for real? Warte, was sind das für zwei Terroristen, ey? Nope, nope, nope Yep Someone brought us here Yep They said they wanted to cut Mayhem Das soll wirklich ein Dude sein That doesn't sound so good Who brought you here? A girl with curly, curly, curly pink hair A lady with baby, baby blue hair Ich dropkick gleich euch beide Hey, shouldn't you be looking for us? Where is she? Have you seen her? Yep She went over that way Okay, we need to find her Pee, 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 Pee Mal blöd gefragt, wie lang geht der Story Mode? Irgendwie, wie fucked up wird das noch? Ich weiß nicht, ob mein Whisky dafür reicht Hey, Magra Don't worry, Ringo I'll make sure these two get back to the Starship With zero to minimal detours 8 Capiteln What? Minimal detours? Haaaaaaah Haaaaaaah Yeah, we didn't agree to that Whaaaaaah You want something to complain about, eh? Didn't think so Now, but move! Wie viele Kapitel? This game is fucking... This is ein Tetris Spiel Endless Trial Achso Achso, das ist einfach nur Haben die Dinger jetzt mehr an ihm als Was ist das denn? Was bist du denn jetzt? Ihr habt so das Gefühl, jetzt wo ich alleine bin, in dem Modus Hat man irgendwie die restlichen Animationen rausgepackt Salty Was hat sie mal mit Salty? Man kann auch nichts zurücklegen Ich habe das Gefühl, Puyo ist irgendwie so der Spiele-Mode Mit den weniger Features Einfach erstmal, ob ich hier ist Das habe ich nicht gewollt Das war auch Wow Wisst ihr, ich bin Tetris Master an sich, ne? Und ich weiß, das Spiel hat Ich meine, das Spiel hat einen Online-Modus Was mich Irgendwo noch mehr verwundert Dass Tetris jetzt so Heavy ist Dass es einen fucking Online-Modus bekommt Did I fuck up? I fucked up, okay Let's go Reach Level A Was ist das denn jetzt? What's this shit now? Ah, das ist sowas Ah, okay So ein Rätsel löst, denkt sie You know das, was Okay Hä? Wieso nur ein Stern Wie, wieso, warum? Ach so Ich hätte also Scheiße bauen müssen Sag das doch gleich Die Backdrops sind echt Okay Das Schlimme ist, ich Ich sehe, wie Puyo funktioniert Aber ich komme darauf nicht klar Shut the fuck up, Wipe Sonst ist es euer Gesicht Das Schlimme ist, ich sehe Entstanden W-Why don't you handle this one, Tee? Ah, mm-hmm Hey, Ass Captain's here to rescue you Huh? Well, you're late Where the heck were you? I know, I know Wanna play with some squishy Puyos? It might calm you down Why, thank you Ich würde zu gern wieder Tetris spielen Das bin ich gewohnt Fuck you Das habe ich nicht gewohnt Aber Ich bin so der Trottel, ne? Ich bin so ein Trottel, ne? Okay Vielleicht kann ich das ja wieder fixen Ja, kann ich Okay Immerhin etwas Zweier-Kombo Mach mal so Und dann so Zack Und dann Fuck Triple the fuck Du fucking Ja, fucking awesome Was kann ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Das offenbar Okay Da kriegen wir wieder ein bisschen was raus Das war auch wieder nur ein Zweier-Ding, aber Besser als Nothing There Snare Ich sehe es ja kommen In all den Puyo-Matches werde ich wahrscheinlich so was von auf den Sack kriegen Bingo Bingo, Ringo Ich meine, ich kriege Zweier-Kombos hin Das ist etwas Kann auch nicht jeder von sich behaupten Und das sollte Nee, doch nicht Das hier aber Nee, auch nicht Okay Oh shit So Genau Ich sag ja Ich hab einfach noch nie in meinem Leben richtig Puyo gespielt So schaut's aus Das ist halt das Problem Das wollte ich gerade noch benutzen Du fucking What Du fucking Ho Nein Du Lass das Ich hab trotzdem irgendwie gewonnen Oh Gott Sie sieht auch so aus wie so ein aggressiv-trauriger Goblin Sie ist immer noch ein Schwadn Das ist immer noch ein Freund Ja, wir sind praktisch Familie Pee-pee-pee-pee-pee So, S, wie warst du hier? Actually, I'm not sure There was this girl with a crooked stick in each hand I kind of followed her She was just shouting Hi-ya And when we got here She was gone Huh? You know what? All these descriptions keep sounding vaguely familiar Who cares? My turn to ask questions What is it? You found the crew, right? Is Papa safe? Is he? Please tell me Papa's safe Um, Papa? We didn't meet S's dad, did we? He has a big round body And an even bigger heart Huh? You mean Zed? Huh, Papa You know he's a robot Hä? Of course she knows he's a robot Do you have a problem with Papa? Hä? Ja, genau wie ich, dass ich mir noch einen Schott gönne. Papa. 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 Fucking Roboter. Fucking Roboter. Oh. Oh. Alter, what the fuck? Was ist denn hier los? Wieso seid ihr jetzt auf einmal... What? Mein Dude, ich komme nicht mal auf die normale Größe klar. Und was ist das für ein Tide Pod? Oh, okay. Fucking Tide Pods. Don't eat them. Clear, geil. Mega Blop. Da. 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 Einfach mal ein fucking trauriger Tide Pod. Don't eat it. Don't eat it, Kids. Ist nicht gesund für euch. Da. 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 I never back down. Ich bin Curtain. Lustig. Das ist jetzt hierher. Du bist hier auch. Und die Tetra sieht aus wie es in viel besser shape. Hi, wie ist sie? All fixed up? In viel besser shape. Certainly. This Risu-Kuma-Fellow hat sich ziemlich gut geholfen. Wir haben uns mit unseren gemeinsamen Wettbewerben während du warst. Und ich glaube, dass viel von der Tetra-Funktionalität der Tetra-Funktion hat sich geholfen. Good now! Huh? Good now! What's wrong? Oh, don't worry. He's just excited. He gets this way when he's doing science. Let's leave him be. What? Another shot, then. Well, that all seems perfectly normal. More importantly, are we ready to depart, I? Ich hab nicht mehr viel Whisky. There's a few complications. In particular, we won't be able to travel any great distance. Ich mein, Das war mal eine halbe Flasche. Jetzt ist es nur noch ein Viertel. Oh, shit. You cannot what to twat what. What voice? Hey, why are you yelling? Do you know who that is? There's no way I could take that one. There's only one possibility. Regina! Wer? Silence. Wow. Menacing. The two worlds will merge. Sekunde. 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 Ich kann nicht anders. Wenn ich das so sehe, ne? Sekunde. Sekunde. Ne, das ist falsch. Hier. Äh, da. Menacing. Menacing. And if you stand in my way, I shall kick you. Really super hard. Oh, shit. She will kick me. Oh, shit. The kick is off. What the heck? I hate arrogant, spoiled, stuck-up, sucky-titled girls. Look who's talking. Do you see what we have to deal with now, Ess? Pee-pee-pee! Pee-pee! Richtig. No, no, no. Guys, this is Rapina. She's my friend. Hey! That's the sleaze bin who tricked us. She's not just a bin. She's a sleaze wagon. W-what are you two talking about? Wait. Rapina, why are your eyes so scary? And... Merging two worlds? That's not how you... I shall have to demonstrate then. Let us battle. Puyo Puyo and Tetris. Together. That's not even a thing! Now it is! Jetzt ist es ein Ding. Sieht so aus, als würdest du damit leben müssen. Puyo Puyo Puyo! Äh, beides? Okay then. Fuck. Tetris mit dem... Ach du Scheiße. Darf ich den wenigstens noch zu Ende? Okay, darf ich nicht. Alles klar. Äh... Äh... Okay. Ich glaub, davor hab ich schon zu viel getrunken, als dass das jetzt okay ist, so. Fuck! Funktioniert meine? Der Controller ist schuld. Äh... Ausrede überhaupt noch. Mein Körper erreicht zu diesem Moment, wo es langsam richtig spicy gemütlich wird. I'm fine. Oh shit. Oh shit. Aha, das habe ich geplant. Du hast meine Falle. The fucking die. The fucking die. The fucking die. Du laufende Jojo-Referenz. Bleh... Bleh... Barf... Ja wow, way to fuck me up now. Scheid. Scheid. Scheidballs. Destroyed. Ich muss echt mal mehr drauf gucken, was ich hab und was ich austausche. Okay. Ich bin überhaupt nicht überfordert oder irgendetwas. Wie kommt ihr drauf? Okay. Okay. Fuck. Ich kann sie hier zerstören, aber... In dem anderen Modus wird's schwierig. Okay, man muss also ein bisschen drauf achten, wann der Scheiß wechselt. Weil ich hab ja hier allein mit dem Modus noch nicht genug zu tun. Oh fuck. Ja, das... Ja, ihre Tetris-Meld sieht um einiges angenehmer aus. Eikor Bullshit. Leck mich doch! Äh... Ich vergesse jedes Mal, was ich hier bereits gemacht habe und... Fuck you! Ausgerechnet da! Ja, leck mich hart, ne? Leck mich hart, why don't you? Alter, die Frau zerstört mich in fucking Puyo. Und in Tetris. Die ist der wahre Tetris-Meister. Ich glaube, ich bin's doch nicht würdig. Ich werde nie sterben. Das ist eine Schöne. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Fuuuuck! Okay, there we go Now you got me mad Now you got me dead Okay Oh mein Gott Das so, ja, die Boss Hä, wie hab ich drei? Fuck Nicht der, wä? Der Titel hat einen Modus der Okay, klingt nach Spaß Was hab ich hier gemacht? Ah, ich muss hier einfach nur, okay Geil, noch eine Oh, scheiße Oh, scheiße Warum lasst ihr mich das machen, Leute? Allein dafür tränke ich ein Mit den Stöckern Ja? 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 Das ist Wieso Switch Modus Ja? Swap Okay Schon wieder dieser Terror Modus Das war's für heute. Ich bin so nö. Ich bin so nö. Ich bin ja mit dem hier schon überfordert. Ich bin so nö. 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 Was will die? Oh shit. Hier fuck ich immer noch am meisten ab, also... Ich bin so nö. 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 Fuckin, gib mir doch, was ich brauch. Danke. Suck. Alter. Wer bei Sega hat gedacht, geil. Lass mal einen Modus einfügen, wo du beides machen musst. Ja, wow. Geil. Äh, shit. So einfach. Okay. Alter, Verwalter, sind die hartnäckig. Aber ich sehe gerade, im Puyo ist sie fast tot. Oder sie sind's denn tot. Swap ist echt total schaden. Da bin ich in meinem jetzigen Zustand gerade echt überfordert mit. Ah, geil. Noch eine durchgeknallte. Garbi, this whole situation is getting out of hand. Goo-go-goo. Goo-goo. Something weird's gotten into Theli and Rathina. Plus, there's those Tetraminos raining down. And we got simultaneous Puyo-Puyo and Tetris battles. We're cursed. Everywhere we go, weird stuff happens. Nee, wisst ihr was? Ich packe mein fucking Whisky weg. Der, nö, nö. Nö. Geh weg von mir, böser Geist. Hab ich dir das weggelicht, den Whisky? Out of my way, or I'll blow you to smithereen. Du willst, du willst, okay, hier. Overdone, okay, good. Wait, but why? You normally just like Puyos. Hey, are you even listening? Goo-goo-goo-goo. Cool. Swell. T-T-T-R-T-R-S. Fuck. Rock. Cock. All ready? Oh mein Gott, ja. Fuck. Man könnte auch sagen, mein Zustand ist nicht unbedingt hilfreich. War vielleicht nicht meine beste Idee. Aber wer hat jemals gesagt, dass ich gute Ideen hab? Okay, das hat immerhin noch funktioniert. Ist sie jetzt irgendwie The Rock oder sowas? Ich hör immer nur Rock Punch. Und ich mein, warum sollte das jemand tun? Sowas tut weh. Ich bin ein fucking Idiot. Hab ich das schon mal gesagt? Näääh. Oh mein Gott. Son of a bitch. So like this and like that. Ich hab irgendwie das Gefühl, das wechselt immer schneller. Fireball. Wenigstens in einem Punkt mag ich sie. Sie mag Feuerbälle. Feuerbälle sind toll. Die werden richtig gut hier auf einmal. Er war ja richtig aufmüpfig. Ich muss auch dran denken, dass die halt so runterfallen können. Das ist essentiell. Für sure. Aber vielen Dank für den, für den Bild. Oh oh. Hier im Polio Land ist grad noch alles schön in meinem Tetris Land. Da brennt nur die Hürde. Bei ihr ist es genau fast andersrum. Und dazu diese Digimon Musik, ne? Oh my god. Okay. Back in business. I guess. Fuck you. Okay. Irgendwie genau hier... Okay, okay. Cool. Ich schieb das jetzt einfach mal da... Oh, das ist jemand, das ist menacing ihn, aber... Sorry dafür. Oh, no, Grunfie. Das ist ja noch Grunfie. Oh, shoot. Oh, das war's okay. Oh, das war's okay. Oh, was ist passiert? Something ist definitiv auf. Five Minuten mit Rulu, und sie hat nicht erwähnt den Dark Prince. Dark Prince... Mein Reden, Alter. Er redet das so, als wäre das mal so was, was du so... Äh, wir haben Technologie so nebenbei, irgendwo... Oh... Oh... Könnt ihr mal aufhören, mit den Fingern auf euch zu zeigen? Das ist echt unhöflich. Okay. Nee, das ist einfach nur Space. Das Schlimme ist, ich bin satt. Ich hab getrunken. Und das hier ist way over my head. This is way over my head. Das ist jetzt wieder... Ah, okay, das ist so einer. Ah, okay. Okay. Wow, wirklich. Wirklich. Das ist ein Modi, den ich ernst nehmen soll? Weggeklatscht. What the fuck? What? Okay, den letzten hab ich nicht gegettet. Hab ich hier nen fucking Hadouken? Okay, overkill. Ähm, okay. Get destroyed, bitch. Tetris King, Tee? The one and only. But that doesn't make any sense. I mean, it's such a bland title. You couldn't get a better one? Hey, I worked hard for my title. Außerdem bin ich hier der König. Du Pissbagge. Puff. 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 Right. So, uh... Maybe we should head back down and review? You're right. It could have been disastrous. Let's go. Aha. Ultra Trial. Es ist so hard, es ist Ultra. Man nennt es auch Filler. It's like normal Tetris. Das ist shit. Das ist shit. Spin attack. Ihr wisst schon, diese typische Tetris-Move-Gezoxen. Was? Okay. Okay. Did I do it? Okay, I guess. Heee... Äh. 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 Ich so habe mich jetzt hier mehrere Moves. Äh. Äh. Waaat. Fuck. Okay, das ist offenbar nicht so simpel wie der andere Modi. Oh, yeah. Oh, yeah. Post time A plus. Okay. Got it. Okay. There we go. Oh, yeah. Change it. A plus. That was perfect. Oh, okay. Äh. Big Bang Attack? Was hat Vegeta damit zu tun jetzt? Oh. 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 Boah, ich quatze gleich Regenbögen. Was? Was hat die geraucht? Für sie ist offenbar noch challenged. Wow. Destroyed. Das war doch. warum mache ich das jedes mal die form ist sie sie die anderen raffi noch nicht so ganz okay hier ist sie sie der rest fällt einfach in place perfekt den modus muss ich nicht ganz begreifen warum existiert oder ich konnte gleich regenbögen alter jemand der noch skype besitzt was denn hier los was ist jetzt ein sprint trial mind telling me what ja k k k k k Untertitelung des ZDF, 2020 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 Someone will die today What? 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 Ich habe das falsche Mindset für sowas. Das ist völlig falsche Mindset. Ein Eis-Turm! Kamehame suck my dick! Bingo! Oh no, I fucked up big time! Sir, what the fuck? Kamehame fuck you! Aua, was? Ja, fuck myself, ne? Alter, meint es um so vieles schwieriger als es Tetris. What the fuck? Bei ihm gibt es literally eine Option. What the fuck? Man, bei dem ist alles rot. Es ist literally dieselbe Option. Bei mir habe ich das Gefühl, ich werde beschissen. Do your thing, or fell on the earth, do nothing. What the fuck? Außer der hier, hier ist es irgendwie, das macht Sinn. Aber irgendwie der Rest. Ja, like that. What the fuck? Es hat funktioniert. Destruction. Sterb. Ja, destroy. Gugu. Poppuff. Kapitel 3, ne? Oh, darf ich bitte nicht Puyo machen? Das ist... Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich das nicht machen müsste. Entweder funktioniert das, was ich hier vorhabe, oder es tut überhaupt nichts. Höchstwahrscheinlich letzteres von beiden. Ein bisschen. Fuck, das... Hm... Ich meine, die Idee war da. Aber da hört es bei mir immer auf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es sieht aus, dass wir alles, was wir brauchen, um die Tetra zu fixieren. Ich bin in deinem Bezug, alle. Ich arbeite jetzt auf die Veränderungen. Ich weiß noch nicht, warum Grilla war so wunderschön, dass wir die Tetra zu fixieren. Aber zumindest haben wir hier... Dark Magic... Gaguga... Gaguga... Amity... Amity... Er ist ein Freund von Amity... Und er ist sehr gut im Poppen, das habe ich mir schon fast gedacht. Was machen wir hier? Und das sehe ich dir später. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und O. Wir helfen auch, wenn das alles okay ist. Was? Woher gehts? Du hast nichts zu tun. Ich glaube, diese Tetraminos sind zu unserer Predicament. Außerdem, diese drei haben sich so sehr geholfen. Es ist mein turn, sie zu helfen. Juhu! Juhu! Danke, T. Bereit? Wieder gehen? Dieses O-Dig-Weizugeln einfach nur wegtreten. Ohne Scheiß. Wieso habe ich das Gefühl, dass in deren Welt alles mit Poppen zu tun hat? Und dass es eine sehr merkwürdige Welt ist. Meine wirklich merkwürdige Welt. So im Sinne von merkwürdig, merkwürdig. Fuck. Wenn ich jetzt noch aufhören würde zu sucken. Dann wäre das sogar richtig fancy. Wenn ich jetzt noch aufhören würde zu sucken. Wäre das richtig fucking fancy. Oh, ich glaube. So, schon ist es wieder ein bisschen aufgeräumt hier. Wie ein aufgeräumtes Zimmer. So, warte nu. Wir haben 30% complete. Oh, gotcha. So, das ist wie du diese Blöcke hast. Hast du das? Mal sehen, ob der Studenten kann die Lehrer verletzen. Huh? Now, now. Don't get ahead of yourself. Fine. I guess we don't have to do a Tetris battle. What? You think I'm going to let you withdraw a challenge? I was hoping you wouldn't. Show me what you've learned. Tetris battle! Gabada barbeder. Na ja, er meint, darf ich Tetris spielen? Dann bekomme ich wenigstens mehr klar. Bin ich jetzt noch nicht so beschäftigt damit, wäre absolut scheiße zu sein. Sondern das so mache, wie ein Tetris-Gott. Donuts. Scheiß Analog-Stick. Du analoge Kunt. Fucking analoges Arschloch. Fuck. Oh, babe, was auch immer du meinst. Alter. Warum redet der Typ die ganze Zeit von irgendwelchen Backwaren? Oh, fuck. Oh, fuck. Jesus. Donuts. Donuts. Redet der Typ nur in Backwaren? Ist das dein fucking Stick? Oh, Alter. Das hätte ich in die Hose gehen können. Come on. Hm. Oh, wow. Ja, I'm dead What the fuck? Alter, was ist denn mit dir kaputt? Jesus Hat er realisiert? Scheiße, ich bin ja eigentlich eine Gottheit, oder was? Okay, vieles waren auch meine Fehler, muss ich jetzt mal sagen Was ist das? Sof... Das war's für heute. So, dieser Penner wird gleich sein blaues Wunderleben. Donuts. Das war's für heute. Das war's für heute. Stop fucking resisting. Das war's für heute. Meine Güte, geht rauf! Stop fucking resisting! Geht doch! So muss das. Immer sein Style, ne? Also Charakterdesign sieht ja schon echt geil aus, muss man ja mal sagen. Hey, du bist nicht halb schlecht. Ha, 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 ha. Die andere halbe von dir ist auch nicht so schlecht. Ich denke, seit wir beide halb gut sind, ich werde dir sagen. Hä? Hä? Was ist ein Cake? Sag... Das Ding ist irgendwie... ...moist und fluffig. Hast du nie einen Cake gehabt? Und hast du trotzdem so eine Figur? Oh, Jesus. Hey, diese sind ziemlich großartig. Um, hello? Tea? Lemris? Wenn du fertig bist, kannst du gehen? Oh, genau. Entschuldigung. Es ist okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin ein Sucker für Süße. Oh, Suckers. Ahem, hm. Right. Let's go. Follow me, everyone. I know the way. You know the way. Piece of cake. With cream cheese frosting. Hm, okay. I know your stick. Wer bist... Dark Prince. Du, alter... Part... Game-Teig Party? Was? Was? Oh, Jesus Christ. Das ist echt eine Welt voller Tetris-Blöcke. He is the Queen. He know the way. Welcome home. It's tons of fun here. Wish we had time to go sightseeing. But we really are overrun with Tetraminos. This place is a mess. Well, then let's get to work, team. First up, Tetramino cleaning duty. And second, we figure out why this is happening. Not to go in reverse order. But I can tell you why this is happening. Oh no, it's him. It's the Dark Prince. Ein Edge Lord. Wow. Sounds like my precious Arlie and my precious Carbunny need help. Yup, definitely ein Edge Lord. Ein definitiv... Edge Lord. Genau. Hey, I wasn't done with my introduction yet. Yes, you were. I knew we'd find you here. So you want to know why the Tetraminos are hitting Prim, huh? Well, listen up. The two very different headsets are emerging into one. He is a real Edge Lord. Jesus. And somehow a few people have gone a little kooky from this. If you beat them at Puyo Puyo in Tetris, you might cure them up. And now, to reveal who is behind the merging of the worlds. Alter, was ein Edge Lord. The Edge is calling tonight. You probably wanted to have some fun. Is that it? You got bored, so you caused a huge amount of chaos. Big whoop. Gugu, shut the fuck up. You suspect me of all people? It's definitely just because of the movement that you get up. I'm flattered. But please, believe me, Hartley. It wasn't... It wasn't... It wasn't... It wasn't... It wasn't... No matter what, you're always there to cause trouble. Of course I don't believe you're innocent. Gugu, guu. Gugu, fuck. I'm wounded by your cruel, cruel finger pointing. I am the victim here. Princely cry. Woah! I think he's actually crying. Say, have a wish this came to clear some Tetraminos. I'm way ahead of you. Time for your punishment! Shit! Pridium, Alter! Scheiße, Edge Lord! Was? Was ist das denn jetzt? Items? Ach du Scheiße! Echt jetzt? Tetris? Es ist Mario Kart Tetris? Attack up? Ja, das ist fair, weil ein CPU das auch sowas von behindert. Mein what the fuck. Ein CPU braucht nicht sehen. Ein CPU ist ein fucking CPU. Und der Mensch heißt Mensch. Das ist ein Power-up, was einen Menschen behindern würde, aber nicht einen Computer. Das war dämlich. Das war mega dämlich. Die Blöcke schweben gerade einfach. Was auch immer die meisten Items machen, ich habe keine Ahnung. Ich konzentriere mich jetzt mal drauf, die einfach loszuwerden. Am besten natürlich, dass es auch sinnvoll macht. Am besten natürlich, dass es auch sinnvoll macht. There we go. Hä? Das geht nach Po... Hä? Warte voll... Okay. Wir werden von uns Community erstellt. Moment, was? Ja, aber das mit den Tags, das wundert mich nicht. Das, äh... ne? Ich würde es auch als Psycho-Horror taggen. Ringo, was in dem Universum, die wir gerade gesehen haben? Eh, nicht mehr über das. Aurel ist auf dem Job, also es sollte gut sein sein. Ist? Das klingt sehr beeindruckend. Komm schon! Wir haben etwas Inspektagieren zu tun. Inspektagieren zu tun. I think we should start at the Magic School. That's where I left the others. Maybe they found something out since I left. Even Schoschmann is confused. Ultratrial. Das klingt ja wieder nach Fun. Ah, Filler-Folge. Da. Das war's. Fireball! Fireball! Oh, fucking gamepad! Ich hab kein Problem heute den ganzen Tag den B-Hawk zu ziehen. Weil es ist leider so, es ist... Ich versuch... Ich muss gerade Tetris mit meiner Logstick spielen. Müsst ihr mal versuchen, ist nicht so easy. Oh, das ist einfach so easy. Okay. Oh, die schon wieder. Swap. Oh, nein. Please. Heißt der, ist die wirklich klug? Oh, dafür bin ich halt so klug, ne? Oh, Pepe. Oh, die eigentliche Fickflieger, ne? Das ist ein Name. Wow, okay. Wieso sind hier alle durchgeknallt? Ich habe jemanden zu hide behind. Alles ist so chaotisch. Was ist passiert? Das Dark Prince hat gesagt, das? Diese Frau ist schrecklich, richtig? Sie ist nicht selbst. Das bedeutet, dass wir sie betrachten, richtig? Huh? Du bist richtig. Ich schaue nach Amity und Klug. Hast du das, Ringo? Lass sie mir. Okay, Ringo, du kannst du das. Du kannst du das. You, little bit spooky face. You, little bit spooky face. Yuu, little titfuck. Raui, rengi? Jesus fucking Christ. Da waat da fuck is wrong with you fuckedheads? Yes. Alter, es ist das erste Mal, dass wir jetzt tatsächlich Tetris-Musik hören. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir jetzt tatsächlich richtige Tetris-Musik hören. Ja, das sieht jetzt schon scheiße aus. Jetzt kommt der Kram schon wieder hier. Okay. Ich glaube, das ist echt das erste Mal, dass wir jetzt tatsächlich richtige, dieses... Ne? Fuck. Na ja, geil. Weißt du, dafür sieht mein Tetris-Land um einige schöne aus. Mein Po-Land hingegen, ne, es könnte besser sein. Ja, geil, weißt du, ist die eine Drehung, hätte ich gerne noch gehabt. Und hier fuckt sie mich ab, aber hart. Ja, genau da. Es ist straight fuckable. Nein! Ah! So, das hier. Das hatte ich die ganze Zeit schon. Oh. War geplant. Das war geplant. Ja, mein Tetris-Land sieht... Ja, genau da rein. Ich bin... ...because... ...why not? Ja, fuck me, Jerry. Wow, okay. Okay. What the fuck? Pull your fuck up, eh? No, no, no! Nein! Wieso? Oh, ich hasse diese Swap-Scheiße, ne? Ohne Scheiß. So, komm. Oh, bei ihr kommt immer irgendwas, ne? Also, ne? Ist immer wieder schön zu hören bei ihr. Ja, geil. Der letzte kam noch runter. Fuck you. Komm, kann 不是 euch? So, das war ich mal Rha Dann bin ich nur noch schon. I ی Wenn ich da mio剛 mal halte. Sag mal rha autumn im Sof! Gun! Sof! No! Sof! No! Sof! Sof! Close call! Sof! I stay here! It's coming! Sof! I stay here! Gun! Ja gut. Das ist nicht mehr Ansatz. Weil ich es falsch rum gedreht hatte. Nee! Hey, Yasepoyo! It's like Tetris, but not nice. Ja, das ist richtig bescheiden. Und hier fuckt die Alte mich jetzt richtig. Ja, nice. Meine Tetris-Welt sieht Chill-Zone aus, aber ne, meine Puyo-Welt, die ist am Rand der tödlichen Ökonomie. Ja, komm. Ja, das ist ein Tantris, aber es ist ein Tantris. Oh. Jesus Christ. Hmm. Oh, nein, ich kann nicht sagen, wenn es das funktioniert! Hey, Feli, bist du okay? Wemers? Ich bin froh, dass du dich alle sehen kannst. Hey, wo sind wir? Oh, was geht's hier? Rätig doch gleich wie das Kazoo-Kid. Hey, sie kommt zurück zum Normand. Es ist die süße, kuddelige Feli, die wir alle kennen und lieben. Shut the fuck up. Wait, du hast dich mit dir gebracht. Warum bist du hier? Ich habe nicht gesagt, dass ich mich nicht weggekommen habe? Was? Oh, Mann. Da sind sie, wie die alten Zeiten. Ich werde diese zwei auch hinbekommen. Magie-Schule. Verpiss dich, du Fickvieh! So viele Punkte in Poyo, das könnt ihr euch hart abschminken. Ja, irgendwie habe ich da noch nicht ganz den Dreh. Hä? What? Okay. What the fuck? Fuck Combos, würde ich sagen. Hä? Gott. So. 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 I need you just dead anymore. What? 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 How am I supposed to? How am I supposed to? How am I fucking supposed to? Oh, that's too tight, Vito. Eh, 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 eh? Oh, 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 oh. Ich weiß nicht mal, wie ich eine normale Kombo machen soll. Wie soll ich eine Riesenkombo machen? Normale Kombos sind mir ja schon zu hoch. Jetzt kriege ich nicht das, was ich brauche. Also wenn sowas später im Öffler kommt, dann ist das einfach nicht mein Ding. Dann kriege ich das nicht hin. Nee, nee, nee. Bin ich ganz ehrlich. Puyo ist mir schichtuntergreifend zu hoch. Da habe ich keine Ahnung, wie ich das effizient machen soll. Ja, ich weiß, aber ich... Hallo? Das sage ich doch die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie man hier Kombos richtig machen soll. Ich darf... Dafür... Nee. What I tell you... What I tell you... Die ganze Zeit schon. Puyo fucking can suck my Puyo dick. Reicht natürlich nicht. Reicht natürlich nicht. Ja, natürlich. Das ist smart, ne? Wenn du Puyo bis jetzt noch nicht verstanden hast. We make you understand. We fucking make you understand. Du brauchst so eine Mega-Kombo. Und ich... Das ist das, wo ich nicht begreife. Wo ich richtig hinkriege. Da habe ich echt nicht raus, wie ich das machen soll. Beziehungsweise ich kriege immer genau das nicht, was ich... Ich brauche und so. Nee. What the fuck? Vor allem so kurze Zeit auch nur. Ja, das ist... Auch wieder zu früh. What the fuck? Was ist das für ein fucking Difficulties, Spike? Vor allem so aus dem Nichts. So nach dem Motto, beherrschst du Puyo noch nicht? Ja, well. Jetzt wirst du es verstehen. Auch wenn du hier drei Jahre an dieser Mission hockst. We don't fucking care. Man, what the fuck? Das ist das für ein fucking Difficulties, Spike. Out of nothing. Out of nothing. Just fucking how? Alter. Nintendo, what the fuck? Vor allem dafür, dass das im Grunde noch Luck-Base ist, weil du jedes Mal was anderes kriegst. Ist auch fancy. Das ist nicht mal so viel, mit dem du arbeiten kannst. Mathbyte, vielen Dank für den Raid. Ich bin nur gerade absolut... Minus-Freak, ich habe es gerade gesagt. Ich verstehe dieses System nicht. Ich bin nicht darauf aus, solche Sachen zu machen. Das ist mein Problem an der ganzen Sache. Ich weiß, wie Kombos funktionieren, aber ich kriege sie nicht hin. Mit diesem Schwerkraft-Prinzip. Vor allem ist es auch schön, dass man fucking 30 Sekunden kriegt. Dafür. Das ist wie hier fucking Monsoon in Revengeance. Du hast das Perry nicht verstanden? Well, tough luck. I will fucking make you understand. Und schon ist die Zeit wieder rum. Und schon ist die Zeit wieder rum. Mal ganz random. Mal gucken. Vielleicht macht das mehr Sinn am Ende des Tages. Nee, macht es nicht. Hätte ich den da mal hingesetzt. Es hätte vielleicht sogar funktioniert. Ich mache das jetzt einfach mal. Sekunde. Ich mache das jetzt einfach mal. Es ist für mich immer Wochenende. Jeder Tag ist für mich Wochenende. Geil. Nachwänglich. Vielen Dank aber für deine 10-Euro-Spende auf jeden Fall. Ey, aber ohne Schau. Was ist denn das für ein fucking Game... Was ist denn das denn für ein Game-Breaker? So aus dem Nichts. Hier, guck mal. Vielleicht... Ich glaube, so habe ich nämlich mehr Chancen. Anstatt irgendwie versuchen, mir irgendwelche Kombos auszudenken, wo nicht funktionieren. Dann bekomme ich nicht, was ich brauche. Ja. Ja, ich glaube, ich trinke gleich noch ein paar Shorts ohne Scheiß. Ist ja irgendwie ein fucking Puyo-Weltmeister irgendwie im Chat, der mir beibringen kann, wie man das... Was für ein Mindset man für so einen Scheiß hier braucht. Aber egal, was es für ein Mindset sein soll. Ich habe es nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. The fuck you, Game. Ja, schieb's dir sonst wo hin. Alter, what the fuck. Was bist du denn für ein Hippie jetzt? Kannst du mal sehen, es ist leichter, das einfach random runterzuschmeißen, als dir irgendwas auszudenken. Das Licht im Auge, das betrachtet. Und in diesem Fall, ich muss dich auszudenken, als ich auszudenken kann. Nein! Raph, er hat endlich trattet... Du hast endlich trattet mich... Was bist du denn für ein fucking hippie? Was ist das? Das ist das Wettbewerb. Puyo, ich würde es zu gerne verstehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, da habe ich einfach nicht das passende Mindset für. Da bin ich im Pokémon Puzzleague sogar besser. Fuck you! New Game! Ja, richtig! Destroy, mein Gott! Oh, fuck this! Offenbar habe ich da noch irgendwas gemacht drüben auf der anderen Seite. Ja, fuck you! Ja, geil! Meine Güte! Richtig, genau da, wo ich gerade noch was machen wollte. Was ist das für ein fucking Bullshit? Ja, fuck you! Komm, neu! Nö, fuck you! You fucking Cunt! Ja, geil! Bestes Startstück ever, ey! Alter, mein fucking Gamepad, ne? Das landet heute noch an der Wand. Let's cock! Okay,новver дан! Pfhhht! Das landet heute noch an der Wandern. bere abatura über der Wandern Und so. Okay, das passt. Shit. Vielleicht nicht Zweier-Kombo sind, aber da hört es auch schon wieder auf bei mir. Shit, Nightballs. There we go. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ausgerechnet da. Das tust du nicht. Ja, cool. Einfach mal alles destroyed. Oh, nö, ich komm. Ja, was zur Hölle? Nein. Ja, genau. Fall da drauf. What the fuck? Was ist das denn für ein Beschiss? Fall genau auf den einen Block, der dich verlieren lässt. Natürlich. Seems fair. What the flying fuck. Seems fair, ja, definitiv. Puyo bullshit. Wie hat die so schnell... Äh? Also der Swap-Scheiß kann sich echt kreuz und quer irgendwo hinficken. Das sah ich euch jetzt schon. Das ist ein Modus, den will ich nicht in meinen Träumen wiedersehen. Jo, geil. Fuck you, cunt. Nein, nicht sooo. Dieser Swap-Scheiß. I fucking hate it. Na... Ja, fuck you, straight. Ja, wow, geil. Alter, was zur Hölle? Oh, komm. Ja, das war's. Ja, na... Sicher! Fuckin' Puyo trash. Und I get on my level, I destroy you in Tetris. Fuckin' Gunfrau's butt, fuckin' gut, butt. Puyo trash. Ich fucking hate Puyo. Ohne Scheiß. Diese durchgeknallten Japaner, ne? Wenn Tetris dir plötzlich zu russisch ist und du dir sagst, boah, geil, lass mal unser eigenes Tetris machen, nur mit Klöpsen. Wo nimmt die denn Scheiß jedes Mal her? Ohne Scheiß, geil. Ja, der ist es so cool. Let's go. Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Ahne Scheiß! Ohne Scheiß! Ich weiß! Ohne Scheiß! FUCKING So, und warten Das Schlimme ist ja einfach In Tetris, wenn da dir jemand was entgegenschmeißt Du kannst immerhin noch drauf reagieren Aber hier It fucks you It just straight up Fucks you Hier ist es Wenigstens ein Kampf wert Die schnelleren Reflexe Aber in Puyo, das ist Glück Das ist doch fucking Glück based Wann entscheidet sich das Spiel, dass es dich einfach mal straight ficken will Come on, gib mir jetzt das, was ich brauche Meine Güte Meine Güte Meine Güte Und warten Straight fucked me Gut geht es Wie los kommt Das wird Wie los kommt Fuck you stupid cunt Meine Güte Stop being a fucking asshole Oh geil, sie ist noch mehr eine Person geworden, die nicht leiden kann Apropos snappy, soll ich dir mal eine runterhauen? So richtig Pfeife across the face? Zu Anfang hier was zu trinken war ein Riesenfehler Es war ein Riesenfehler Cool, und unsere Junkie ist auch da Aber immerhin hat er auch jemanden Move, mit dem er auf mich zeigt Just die Tiny Shell, äh, wieder so ein Lückenfüller Wieder fucking Ey, schiebt euch euer Puyo bitte sonst wohin, ja? Das ist etwas, was ich echt nicht mehr sehen kann, diesen Modi Absolut nicht mehr sehen Vor allem, weil es offenbar 10.000 Variationen davon gibt Wo alle irgendwie in anderen Formen und Farben unterkommen Ich kann damit die Farbe von den Dingern ändern Aber das ist ja ganz dandy Okay Okay Wollte grad sagen Nö, fuck you Ey, diese Puyo Challenges, ne? Die wollen es echt wissen Was ist er denn jetzt schon wieder für einer? Was bist du denn für ein fucking Edge Lord? Fuck you Maybe two pairs of eyes isn't enough I know just the person to help Gugu Gugu You ready? Hey, what's up? You fucking waste of creeper What? Seriously I thought for sure that would do it Hey Who are you calling a creeper? Whoa He actually came when I called I am Shesu, the dark mage And I demand you stop screaming creeper at once Okay, erstmal Du hast mir von der Aussprache her fast meinen Namen geklaut Zweitens Was bist du? Du bist ein dark mage und hast ein fucking Spiel Das bist du voll Wieso ist dieses Spiel voller Edge Lords? Ich will nicht, wenn wir zusammen I am not smirching anything There are less besmirch-y ways to summon me, you know Are you angry at me? Are you fucking retarded? You expect me to answer to creeper like it's no big deal? The time has come for me to clear my reputation By assaulting this young girl What? Wieso muss ich... Das ist für mich eine Art Nachteil Ach ey Jetzt auch noch mit dem Modus? Sag mal Jetzt ziehen wir uns die ganzen Sachen aber langsam aus dem Arsch Hey How am I super... Ja Da ist er ja auch nur straight im Vorteil, ne? Das ist ja Wow Alter, wie schnell, warum? Wä? Wä? Ja, wow Fuck you, dude Spie... Ja, ist noch nicht schnell genug gewesen Ja, also jetzt nicht mehr, okay Jetzt wieder normalen Hyperspeed, okay This doesn't seem fair to me Alter, wie viele fucking Spielmodi hat dieses Spiel Hat er mir Punkte geklaut, der Arsch? Gib mir doch das, was ich brauche Ja, geil Mach dicht, why don't you Gib mir halt überhaupt nicht das, was ich brauche Ja 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 hier straight up fuck you ja natürlich gewinnt der ja ich spiel mit weniger vorteilen und stadt ich bin so ein idiot ich bin so ein fucking idiot ja das ist überhaupt nicht beschissen gesetzt was für ein attack nein 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 ja ich komm da nur überhaupt nicht ja geil das regnet trash ja geil alter ich werde so dieses gefühl nicht los dass man hier arg benachteiligt wird fuck your store natürlich ohne scheiß irgendwie oder fühle mich hier einfach nur straight up verarscht ich meine ja klar no turning ich meine als ob das den cpu auffällt dass er nichts sehen kann das ist wie dieses fucking item in mario kart was nur was bringt wenn du mensch bist ja fuck me jerry das ist genau derselbe scheiß da bei mir funktioniert es natürlich you know why weil ich ein fucking mensch bin der auf seine augen angewiesen ist kein fucking computer der einfach ne die darauf programmiert ist zu funktionieren you fucking asshole ah ja geil vor allem wenn du hier einmal zurückfällst ne du bleibst ewig hinten fuck you naja ich mei jetzt ewig zurück wahrscheinlich Oh, fuck you Das brauchte ich nur noch mal Natürlich What the fuck Alter, lass die Lass tauschen, Junge Und du bist tot You don't stand a fucking chance Oh, ja, boah Eat shit Das wollte ich Ja, natürlich Genau, wo ich das hingelegt hab Because Puyo can Puyo fuck itself Ich kann die Naffe nicht sehen Genau dahin jetzt Echt? Es ist da oben Alter, what the fuck Ja, einfach Oh, fuck you Ja, danke Der Schwierigkeitsgrad ist echt Rapide angestiegen Ich versteh nicht Warum baut man solche Modi In einem Modus gegen CPUs ein Das ist sowas Das kannst du Gegen Freunde spielen Dann macht das ja auch Sinn Für richtige Tetris sucht ich Allein das auszusprechen Gibt mir Krankheiten Ich mein, what the fuck Es ist motherfucking Tetris Es ist Tetris Und kein fucking Sion Und diese beiden Kleinen Mistviecher Die können sich Sowas von hart Irgendwo hinficken Oh, nicht schon wieder Swap Oh nein Nicht schon wieder Oh, man ist Ding Ah Shush Die hat Shush Gesagt Ich verklag Nintendo Und Sega A Oh nein Ich war so cool mit dem Dark Prince Ah, fuh, 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 fuh. Hör auf, tsk, tsk zu sagen, no one says, tsk, tsk, niemand sagt, tsk, 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 tks, tsk, 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 tk Ich k и c dixмw informaçõesur. Was ist das fucking Ding? Dark Juices. Echt, Mann, der Typ ist nicht Havdoll, was erwartet er? Oh Gott, Methbite, what have you done? Methbite, what have you even? Oh mein Gott, Methbite, oh Gott, Sekunde. Aha. Danke, der Methbite. Ich habe zwar noch nie Monkey Island gespielt, aber könnte ja funky werden, ne? Also sowieso, wenn ich sowieso Point-and-Click-Adventures mache, mache ich sowieso erstmal die von Dardalic. Puyo, Puyo. Ich mache das jetzt einfach so, Puyo versuche hier einfach zu überleben und dann muss ich einfach in Tetris irgendwie nachholen. Alter, ich habe die schlimmsten Startstücke überhaupt bekommen. Generell die schlimmsten Stücke. What the fuck? Und warten. Ja, nü. Ja, nü. Das hat funktioniert. Das war schädig. Ich fühle mich langsam echt wie dieses blaue Puyo. Just depressed. Jesus, wie dreht die durch? Ja, da habe ich jetzt. Absolut nichts. Die dreht durch, die alte. Und get fucked. In Tetris, das wird einfach nur höher. In Puyo, alles was du dir erbaut hast, wird einfach gefickt. All die Arbeit, die du in diese, in den Planer-Szene da hattest, just gets fucked. This is Puyo. Fair and balanced. Ja, das ist doch Hacke, Mann. Das wohnt ich doch gar nicht. Ja, das war's. Und tot. Nee, doch nicht. Nein, du. Ich habe doch gedrückt. Oh, come on. Ja, können wir einfach Puyo aus diesem ganzen löschen und nur Tetris spielen? You know, wo tatsächlich skill-based ist? Und nicht diese luck-based Scheiße, wer hat schneller eine Kombo? Wäre jetzt schneller Glück, die richtigen Dinger zu kriegen für Kombos und all sowas. How about this? Wir machen einfach Tetris draus. Also, ich wäre da voll für. Was war geplant, nicht so. I lied. I fucking lied. Ich bin wieder da. Baby, das Lass und vielen Dank für die Bits. Boah. Das Schlimme ist der Alkohol. Ich bin wieder da. Ja, Mann. Ja, and get fucked. Because this is how Puyo is. Getting fucked. Eine große Portion getting fucked. Man, hier, es stört mich nicht, dass sie da ihren Kram macht. Aber in Puyo, it just fucks everything. Das wollte ich nicht, shit. So. Nein! Falsch rum! Fuck my life, right? Weißt du, owned in Tetris, aber, ne? Ist absolut unwichtig, weil, ne? Puyo. Ja, Controller, ich hab dich auch lieb, du Mistgerät. Du sollst doch. Du sollst doch. Ne? Dann. 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 eine saftige portion einfach auf den sack ja komm mach zu ist ja nur meine chance irgendwie zurück zu kommen mach einfach zu du fucking vor ja du kontroller bitch kack Fuck! Oh! Der Moment, wenn du das Richtige drückst, aber dein Controller sagt, nein, hast du nicht. Puyo, Trash, fuck. Ja, das war schon Scheiße. Ich habe auch immer die Tendenz dazu, immer als erstes Stück dieses rote Misty zu kriegen, ne? Ich finde es geil, einfach wie stark dieser scheiß Schwierigkeitsgrad ansteigt. Alter, ich fahre weiter. Ja, habe ich nicht gebraucht, nö. Ich habe schon immer die Entfernung. So... Get fucking fucked, cunt. Yeah, I'm not silly. And every... Achso, auf... Hey, wieso verpuffen die Dinger denn auf einmal? Genau gesehen. Ja, get fucked! Faires Game Design! Ja, das war... Bescheiden. Und warten. Ja! Ja! Okay! Okay, lieber hier. Du scheiß Gamepad! Was ich vom Controller benutze, bald gar kein mehr! Alter, das kann doch nicht wahr sein! Dieses Stück Schrott! Das kann doch nicht wahr sein hier. Alter, fahr weiter. ** So, hier! Inhaler, Jex. inhale fucking inhale you tough cunt why wouldn't you getting fucked so heisturm bin ich so schlecht in dem spiel dass ich einfach nicht und warten okay 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 die hat wieder nichts mehr die hat wieder nichts mehr ja get fucked because says so ja schönes spiel okay getting fucked is my game okay 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 was mache ich falsch was alles macht die falsch Außer gegen den Fuck, den Puyo Alter, das kann nicht wahr sein Vor allem, ich kann so gut sein, wie ich will, auf einmal ist sie wieder da Auf einmal ist diese Kant wieder da Ja, fang wieder mit dem Roten an Bestes Stück am Anfang Fuck Bob Das von Puyo ist da sonst, würdest du sie nur vernichten Was meinst du? Äh, warte mal, Sekunde, was? Das soll man... Ja, natürlich Man muss ja irgendwie ausbalancen, ne? Ich meine, wir haben hier Tetris Ein Spiel, was pur auf Reflexe und Skill besteht Und dann haben wir Puyo Ein absolutes Trash Game vor dem Herrn Wo du gefickt wirst, wenn du gerade dabei bist, gut zu sein So for no reason Weil der Gegner sich gedacht hat Joa, ich mach mal genau jetzt was Das ist Puyo Du kannst die schönste Kombo der Welt haben Und dann... Genau, hier, get fucked, ne? Getting fucked Das am Ende war jetzt meine Schuld Das seh ich ein Aber ja Ich bin das... Nani! Für deine arme Seele, mein Bester Auf, dass dich das beruhigt Das Schlimme ist Ich bin dir super dankbar für die Bits Weil ich jetzt auch gerade nicht gucken kann, von wem Aber diese Kant Kommt definitiv Auf meine Liste Halt doch die Fresse Du verblödete Hüge Wie wär's gerade? Ja, getting fucked Ich hab's mal gerade, ne? Ist nicht wichtig Ich hab ja gerade nur selber Kombos gemacht und alles, ne? Aber Getting fucked Is my game Ja, das war dumm Vor allem den Trash Aus dem Puyo loszuwerden Ist um so vieles schwieriger Es ist so klein Aber es Bringt ihr so jack shit Ja, fuck me Das will never Okay Alles gut I will fucking destroy you I will fucking annihilate you You daft cunt Vor allem das Schlimme ist Die kommt noch nicht mal ins Schwitzen Bei der ist noch alles okay Das sieht noch nicht mal schlimm aus Bei der Mach doch Controller Danke Ich weiß, ihr könnt das nicht mehr hören, ne? Mein Controller, ne? Ist so ein ausgenudeltes Ding leider Es ist eigentlich ein ganz normaler Xbox-Controller Aber ich benutze den schon so lange Der ist so ausgenudelt Den hab ich schon für alles mögliche benutzt Das sollte jetzt nicht so rüberkommen, wie es rüberkommen sollte By the way Oh mein Gott Just fucking die Ja bitte Schönes Wort By the way What the fuck Ich muss Get fucked Cunt Ida Respect women Just Fucking punch her right in the face Alter Ich bin noch nicht mal Ich bin jetzt gerade mal halb durch Es gibt acht Kapitel Und es ist jetzt schon auf so einem Schwierigkeitsgrad Alter Ich kann deine Scheiße nicht mehr hören Was willst du Lass mich aus der Scheiße raus, ja? Ich hasse dieses Ding Ich spiel over the finger fürs Fallen Das Schlimme ist, dieses Spiel hat Scham, ne? Es hat fucking Scham But it pisses me off so much right now Ich will wenigstens das Kapitel noch schaffen Wenigstens das möchte ich heute noch schaffen Wie lange habe ich jetzt an dieser Tuse gesessen? Jetzt aber mal wirklich Bin ich einfach nur scheiße? In beiden Spielen? Oder zieht das hier wirklich langsam mega an? Ah geil Noch ein sinnloser Nebencharakter, der nicht reden kann Noch ein vierter Charakter, der absolut pointless ist Schön Ne, ich hab Bedauerlicherweise 20 Euro dafür ausgegeben So geht's mir auch an da Oh, fickt euch doch gegenseitig endlich Das Schlimme ist, der Alk wirkt hier schon gar nicht mehr Ich bin ja schon wieder halb nüchtern Das ist ja das Schlimme Mein Körper baut die Scheiße hier ab wie sonst was Bisschen, jetzt ist ja, ne? NANI? Jetzt gibt's Bitkrieg Und nein, du bist nicht scheiße Das Game wird nur schwerer Oh, und du hast dich gewundert Wegen meinem Wort Heffern Desoxyribonucleinsäure Molekularstruktur Mich wundert es viel mehr, dass hier der Dass diese Sprachmodul sich nicht denkt Wow, guess I die now NANI? Alter, what the fuck, Leute Was ist los? Zankt euch Ach, ich hatte kacke Nächstes Spendenziel Sobald ich das Geld überhabe, ne? Hol ich mir einen fucking neuen Controller Oder ich krieg raus, wie ich meinen anderen Xbox-Controller an meinen PC anknüpfen kann Ich hab ja halt noch den von meiner NANI? Richtig Jesus fucking Christ, Kinnass Alter Was ist mit euch kaputt? NANI? Ne, ohne Scheiß Das, äh Weiß das zufällig jemand? Ich mein Das Problem ist mein, äh Der andere Controller Der, der andere Xbox-Controller, den ich hab NANI? Das ist ein, äh Ein Wireless Seht ihr, so Kann ich Tetris spielen NANI? Wenn ich nicht ständig Mein fucking Mindset Auf Poopin Puyo Umändern muss NANI? The day is fucked Jesus fucking Christ, Kids Was ist los bei euch? NANI? Alter, was geht dir auf Chris los? Die arme Sau Das ist ja Massen-Mobbing Party NANI? Oh, nein Oh, aber ich glaub Ich darf Tetris spielen Also bin ich eigentlich gut bei NANI? Alle auf ihn Alter, what the fuck Ne, äh Es ist ein Wireless Xbox-Controller Aber Der hat kein Irgendwie keinen Anschluss Für Für Whisper NANI? Jesus Alter Jetzt ist ja Okay Jetzt fangt ihr Krieg an NANI? Attacke Attacke Gleich benutzt irgendwer Final Flash Und dann ist ihr Ende Dann ist der Chat kaputt NANI? Vor allem bin ich der Einzige So mal kurz Pause Mal kurz Pause Bin ich der Einzige Der glaubt Der Dark Prince Ist vom Style her Zu 90% Von Jetta Geklaut Aus Darkstalkers NANI? Aber ihr habt recht Who the fuck Remembers Darkstalkers Right? Das ist nicht Mit dem Namen Ich seh's Ich seh's Komm ihr kriegt's hin Dass irgendwie nachher Streamlabs zerstört ist Oder so NANI? Ich mein Allein jetzt schon Hängt der hinterher Puyo Underworld Ich bin schon In Puyo Hell You fuck NANI? Alter Wie weit ist mittlerweile Das ganze hinterher? Leute Lasst doch Erstmal hinterher kommen Meine Güte NANI? Wir sind Freudig Dass du nicht Auf gibst Moment Freudig Dass du Wo seid Ihr Erstmal Da seid Ihr erst Alter Das sind noch Mega viele Eingereint What the fuck Der Stream Stirbt gleich Jetzt ohne Scheiß Fuck my life Alter All I hear Is NANI Jetzt mobbt mich Mein Controller Aber auch Also jetzt Will er mich Echt nicht mehr mögen Ich mein Sowas Simples Wie Skyrim Ist kein Ding Was NANI? Was soll Der Blut sind Denn jetzt Fucking Lückenfüller Hier Da sind wir Jetzt kommt der Chat langsam Hinterher So langsam Aber sicher Kommt Alles hinterher Ich Der Einzige Der Das Gefühl hat Dass die Dinger Überhaupt Nicht Helfen Ich meine Klar Die Passen Überall Reihen Aber NANI Na gut Das ist schon Irgendwo Hilfreich Aber ich weiß Nicht Ich muss Punkte Kriegen NANI 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 Vor allem Wie Seid ihr jetzt Drauf gekommen Dass wir Wieder Ein Bit Krieg Brauchen Ihr hattet Doch Letzten Erst NANI 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 Das ist der absolute Edge Lord NANI Ja langsam Kommt der Chat Nach I think Oder auch nicht Ich kann grad Nicht Aufpassen Leider NANI Oh god Oh shit Oh shit Boys Oh shit Kids NANI Weißt du Weil ich muss Bald echt Irgendwann Den Scheiß Runterziehen Sonst Irgendwie Also von der Zeit her Weil Streamlabs Kommt aktuell Nicht hinterher Ich hab keine Ahnung Wo ist NANI I have no idea I have totally Lost my point NANI NANI Das ist ungebrochen DARK PRINCE Da ist ihr GOOGOO Oh mein Es ist Arlie Und Car Buddy NANI NANI Ich hab keine Ahnung Was ist Das ist Ich hab keine Ahnung Was ist Ich hab keine Ahnung Was ist das Jesus Christ Don't sweat es Talk about a speedy recovery Also entweder habt ihr echt vor, gerade meinen Stream zu killen, oder Chris, eins von beiden. Hey Gang, es ist Amity! Sieht so aus, dass wir uns alle gefunden haben. Hey Dark Prince, willst du uns immer noch sagen, wer zu blieben ist? NANI?! Wir haben alle unseren Spa. Vor allem, warte mal, jetzt seid ihr da, warte mal. Sekunde. Oh, meine Maus ist leer, Sekunde. NANI?! Und Klink. Ich hab keine Ahnung, wie weit wir zurück sind. NANI?! Wann gibt es wieder Skyrim? Warte mal, wo ist... Ich hab keine Ahnung. Wir sind mega weit zurück. NANI?! Das dauert noch ein wenig. Ich glaub, das dauert länger, als der Stream jetzt an sich geht. NANI?! Ich glaub, man nennt sowas echt irgendwie... Donation-Mobbing. Okay, cool. NANI?! Okay, cool. Wir wären zur Hälfte durch. Ei Karamba. NANI?! Das ist ein fucking Karate-Fisch. Ja, ne, äh... You earned credits! Solo-Arcade. Ja, geil. Arcade-Mode gibt's auch noch. Multi... Multiplay? NANI?! Online. Online! Online! Tetris Online! Jetzt hab ich ja alles sehen. NANI?! NANI?! NANI NANI?! NANI NANI?! OK! udsman oder craft? Ok! �aheid!